Stell dir vor, jemand lädt ein Video von dir hoch. Und plötzlich geht es um die ganze Welt. Du verlierst komplett die Kontrolle. Ich hab mich auf jeden Fall da ohnmächtig oder auch machtlos gefühlt. Dein Leben gerät völlig aus den Fugen. Klingt absurd? Kann aber jederzeit passieren. Ja, mein Name ist Norman. Ihr kennt mich von meinen Videos als Angry German Kid. Und ich erzähle euch heute meine Geschichte.